Wir sind am Mittwoch vergangener Woche von einem Gaggenauer Bürger angefragt worden. Sie würden gerne die Halle in Bad Rotenfels für eine Vereinsveranstaltung, für einen in die Gründung befindlichen Verein anbieten. Wir sind dann am Montagabend von der Polizei darauf hingewiesen worden, dass im Internet, in Facebook, eine Einladung grassiert, wo darauf hingewiesen wird, dass am 2. März der türkische Justizminister nach Gaggenaubert Rotenfels. Man hat uns daraufhin mitgeteilt, ja das ist richtig, der Herr Justizminister ist aktuell in Straßburg und würde zu dieser Vereinsversammlung, zu dieser Mitgliederversammlung des Vereines Dazustoßen und würde diese Versammlung bereichern. Sie wären froh darum, dass es so ist, aber es soll eine Mitgliederversammlung bleiben. Wir haben daraufhin mit der Polizei zusammen noch weitere Gespräche geführt. Das letzte Gespräch war gestern Nachmittag, Herr Spannhagen, bei diesem Gespräch wurde uns noch einmal versichert, dass hier maximal 400 Personen zu dieser Veranstaltung kommen würden und dass es eine Mitgliederversammlung sein sollte. Nachdem gestern am späten Nachmittag und gegen Abend dann in den Medien über diese Veranstaltung intensiver berichtet worden ist und auch von Seiten der AKP, ja aus der Türkei heraus mitgeteilt worden ist, es geht hier um eine Infoveranstaltung für das neue Präsidialsystem, um eine Wahlwerbeveranstaltung, so kann man es ja durchaus sagen, müssen wir nach aktuellem Stand davon ausgehen, dass es nicht so sein wird, dass hier nur 400 Personen kommen werden, sondern wir rechnen mit einer Vielzahl an Personen, deutlich mehr, ein Mehrfaches dieser angemeldeten Zahl. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Festhalle Bad Rotenfels ist für maximal 500 Besucher tatsächlich zugelassen. Wir haben darüber hinaus relativ enge Anfahrtswege und wir haben uns daher in Abstimmung mit der Polizei dazu entschieden, diese Veranstaltung nicht zuzulassen. Wir haben die Überlassung der Halle widerrufen. Dieser Widerruf ist vor wenigen Minuten an den Veranstalter weitergegeben worden. Wir gehen davon aus, dass die Situation einfach zu gefährlich werden würde, vor allem in der Halle, dass mehr Leute versuchen würden, in die Halle zu kommen, dass sowohl aus feuerpolizeilichen Gründen als auch aus Sicherheitsbedenken, auch die Zufahrt mit Rettungsfahrzeugen und ähnlichen, die Situation kritisch wird und aus diesem Grund haben wir uns zu diesem Weg entschlossen. Vielen Dank.